Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum letzten Halbfinale von Heid & Sieg und wir befinden uns heute hier im Supercandy Museum in Köln. Ein riesiges Museum mit 30 verschiedenen Sets, wo man richtig tolle Bilder shooten kann. Und wir haben mal wieder absolut Big-Baba-Bubu-Kandidaten mit dabei. Wir sitzen hier gerade noch im Cadillac, aber ich würde sagen, schnell rein in die Vorstelle. Mein Name ist Tobi und ich ding das holen nach Hause. Ich bin Thomas und ich bin Revis Cutter. Ich bin Rehzmann und ich werde die anderen abziehen. Mann, Alter, lass mich doch schubsen. Boah, ist aber Re-Talk geil hier. Ich bin Annabelle und ich glaube, ich habe das beste Versteck von allen. Annabelle ist eine Random-Viewerin, die das Ganze hier gewonnen hat, weil sie den Kanal abonniert hat. Macht's auch. Drei, zwei, eins, let's go! Okay, wir gehen raus, werden sich alle verstecken, ich schau gar nicht hin. Ich schau gar nicht hin, ich guck auf den Boden, ich seh gar nix. Und wir gehen einmal nach draußen, während sich alle verstecken. Tobi, kannst du in der Klappe? Ich werde mich in diesem Aufzug verstecken. Gar kein Plan, ob es ein krasses Versteck ist, ob es rein wird, I don't know. Okay, ich teste jetzt mal eine Sache. Ich habe eigentlich schon ein anderes Versteck. Wie viel Zeit haben wir? Natürlich. Ich teste jetzt einmal ein Versteck und zwar hier dieses Ding. Dieses Bälle-Paradies hier, dieses Luftballon-Paradies eher. Man kann da... Hier einfach... Ne, kann man nicht. Ich habe es mir besser vorgestellt. Ich dachte, man kann da einfach so rein. Also, wir befinden uns hier gerade vor dem Eingang. Wir warten jetzt kurz zwei, drei Minuten. Was machen die ganzen Fans? Ich weiß es nicht. Die Tür... Wenn ihr Bock habt, hier selber mal vorbeizukommen, checkt das gerne mal aus. Super-Candy-Pop-On-Museum in Köln. So, ich helfe der Viewerin. Ich stelle mein Handy jetzt auf. Fuck, einfach... Einfach dieses Fenster ist rausgefallen. Okay, ich muss kurz Kamera ab. Kann ich Lasche... Fuck, ich kann nicht Taschenlampe anmachen, weil ich filme. Ich sitze topo-unbequem. Hier chillt Revis Team. Nö! Gut, ich würde aber jetzt reinkommen, quasi. Ne, Digga, mach mal nicht. Alter, ist das warm hier? Bitte, kann mir jemand angucken? Bleib mal stecken. Hallo. Alter, ich weiß, wie ich da durchbreche, wenn ich nicht dahin liege. Ecken für mich geht es so weit runter, wenn ich... Oh mein Gott. Ganz wichtig, meine Freunde, natürlich spielen wir hier wieder nicht um irgendwas, nur für den Spaß. Es geht um den Einzug ins Finale, wo man 10.000 Euro gewinnen kann. Wenn ihr wollt, dass ich auf jeden Fall nochmal eine zweite Staffel davon produziere. Vielleicht mit einem größeren Prize-Pool oder sogar einen exotischeren Orten in ganz Europa. Ist so unsere Idee. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer in der zweiten Staffel mit dabei sein soll. Drei, vier, drei, eins, zwei... Hi! Ich komme! Dominik ist hinter der Bar. Dominik ist hinter der Bar. Dominik ist hinter der Bar. Das ist eine Lüge gewesen. Fangen wir unten erstmal an. Ah ja, die Unisex-WCs. Ist ja einer bei den Kakteen drin? Ich glaube nicht, ey. Das Ding ist, dieses Museum ist huge. Extrem huge. Wir gehen mal hier vorne im Bling-Bling-Club gucken. Äh, hier ist doch der Bling-Bling-Club. Ach, der ist hier. Ja gut, das ist wahrscheinlich der Bling-Bling-Club. Dominik! Komm mal raus! Es kann halt sein, dass hier in der Theorie irgendwo jemand drin ist. Das ist einfach viel zu anstrengend, was ich hier mache. Und das bringt doch wirklich gar nichts, oder? Hier liegt niemand. Okay, das Ding ist, dieses Museum ist halt riesig... Oh nein! Hey, zum Glück habe ich mir eine Rhino-Shield-Hülle geholt. Und mein Handy hat es einfach überlebt. Ihr seht's. Keine Kratzer. Keine Probleme. Dank Rhino-Shield, meine Freunde. Checkt jetzt gerne in der Infobox mal aus. Rhino-Shield hat netterweise unser Format hier... Bobby? Ist es noch Heile? Es ist Heile! Rhino-Shield! Rhino-Shield! Warum muss ich mich eigentlich verstecken? Kann ich mein Handy... Rhino-Shield ist netterweise eingesprungen auf ganz spontan kurzfristig und hat uns hier ein wenig mit dem Preisgeld unterstützt. Gerade läuft die so. Checkt auf jeden Fall gerne den Link in der Beschreibung aus. Die haben super geile Hüllen. Richtig, richtig nice Panzerglas. Funktioniert sehr, sehr gut. Ihr habt das Ding einfach weggeheatet. Es ist sogar da aufgeschlagen und es ist nichts passiert. In diesem Sinne, dickes, dickes Dankeschön an Rhino-Shield. Guckt gerne in die Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei Hide and Seek. Ich würde sagen, hier drin versteckt sich auch niemand. Das wäre dumm. Hier drin... Hier sind halt ne Menge Kameras so, aber... Anyway, anybody. Hinter dem Tresor. Übrigens ein sehr geiles Set hier. Könnte man sich sehr gut verstecken. Clean aber. Das ist ja wunderbar. Das ist wieder so ein Thomas-Versteck hier, ne? Ich glaube, Thomas wird einfach wahrscheinlich so ein Mitarbeiter-Kostüm anziehen und hier so tun, als würde er hier arbeiten. Das hier... Dass hier jemand rüberklettert, dass das irgendwo da hinten drin hängt, checken wir gleich aus. Im Aufzug. Wir haben keinen Felipe dabei. Das ist nicht dein Ernst. Digga, Reetzmann. Nein. Das ist doch nicht... Bin ich der Erste? Du bist der Erste, Reetzmann. Fick mich in A. Nein, muss nicht sein. Du hast einfach nur verloren. Ich würde trotzdem gehen. Okay, alles klar. Hey, herzlich willkommen. Nicht im Finale. Dankeschön. Reetzmann. Sehr gut. Nummer 1 gefunden. Das ging selten so schnell. Dieser Vorhang hier ist extrem sassy. Dieser Vorhang war extrem sassy. Da ist niemand. Ich komme näher. Alter, was für ein geiler Bereich hier. Oha! Das ist auf asiatsch angelehnt hier, oder nicht? Shirin Davids Gefängniszettel. Alter! Junge, einfach ein Supermarkt hier. Man darf hier nichts ignorieren. Krass. Keiner? Ja. Hätte ich gedacht, hier wäre jemand. Das ist hier doch ziemlich offen, aber halt trotzdem sehr versteckt. Ähm. Digga, hier ist einfach eine Samenbank. Wir sind einfach im Samenbank-Hauptquartier. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du hier alle Samenbänke ausdrinkst. Wer ist hier im Eis drin? Okay. Hier ist also auch niemand. Gut. Ich würde fast schon sagen, das Problem ist jetzt so langsam, ich komme schon wieder an meine Grenzen und bin das ganze Museum schon einmal durch. Jetzt so langsam und habe bis jetzt eine Person gefunden. Das ist gar nicht gut. Wenn hier jemand jetzt drin wäre, wäre das das Gruseligste, was mir allerzeit passiert. Hier wird auch niemand sein, denke ich. Das würde keinen Sinn machen. Auch ein sehr cooles Set hier. Aber ich nehme auch fast schon an das hier. Ja, das macht doch dann. Haben wir alles. Niemand ist. Okay. Das heißt, wir haben wieder das gleiche Problem wie immer. Ich habe das ganze Museum einmal durch und wieder niemanden gefunden. Perfekt. Außer dich. Dominik, es tut mir wirklich leid, ehrlich. Das ist wirklich sehr, 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 sehr sass. Deshalb fürchte ich einfach mal, dass wir hier vielleicht fündig werden könnten. Es gibt so Dinge, die hier so ein bisschen auffallen. Wenn man genau hinguckt und sich mal... Dann gibt es hier Sachen, die ein wenig anders aussehen, als sie vielleicht sollten. Zum Beispiel das hier. Nein. Ich wusste es. Oh Mann. Boah, Digga. Ich dachte, hier gibt es mega krasse Verstecke, ne? Aber ist schwierig. Ich mache den Kühlschrank rein. Ich wusste es. Habe ich geguckt, da ist niemand. Ja, aber da hätte man auch reingehen können. Thomas ist damit auch raus. Nummer zwei ist gefunden. Und da mir das heute ausnahmsweise mal gut von der Hand geht, würde ich sagen, suche ich noch ein bisschen weiter. Und wenn ich noch einen von euch finde, ist nur eine Person im Finale. Das ist es. Meine zwei letzten verbliebenen Kandidaten. Ich würde noch sehr begrüßen, wenn ihr beide mal ganz kurz den Schrein halt machen könntet. Ah! 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 Es ist klar. Es ist nicht klar. Ja, die sind oben. Scheiße, Mann. Ich kann garantieren, dass hier niemand durchgekrochen ist, indem ich einfach reinschaue. Und ich sehe hier niemanden. Okay. Die Maden, die hängen hier irgendwo in den Wänden. Ich würde euch gerne noch einmal schreien hören. Ah! Kam das aus hier? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ganz hinten unter dem Scheiß Schaumstoff. Als ob! Als ob! No way! Du bist wirklich hier durchgekrochen. Bist du geklettert? Nein. Wie hast du es gemacht? Das sag ich ja eher. Moment mal, was? Wie bist du hier hingekommen? Tobi? Der ist jetzt nicht da oben, oder? Viel besser. Was? Wie? Was? Was? Ich weiß, wo ich erst hin wollte. Ich wollte da hinten in dieses Loch reinspringen. Und das hat aber nicht geklappt. Und er hat erst versucht, von der Seite hier reinzukommen. Das war aber auch nicht. Ich sitze auf so einem 2-Milimeter-Brettgefühl. Moment mal, was? What in the rainbow six shit is this? Guck mal hier ganz kurz. Du warst hier unten, ne? Tobi hat sich da oben hingesetzt. Guck mal, hier die Fußspuren. Hier sind sogar überall Fußspuren. Das war's von diesem wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall gerne das Supercanny Museum in Köln aus. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Und wie gesagt, Dankeschön auch an die liebe Annabelle, die mir am Start gewesen ist. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir sehen uns nächstes Mal wieder im Finale. Ciao!